Die Abwahrungsbox und den ergonomischen Restehalter für sicheres Arbeiten schenken wir Ihnen heute auch noch gratis mit dazu. Die ersten 50 Anrufer erhalten heute auch noch den Original V-Schäler gratis mit dazu. Aber das ist doch nicht alles. Wenn Sie jetzt sofort bestellen, erhalten Sie heute auch noch den sensationellen Waffelschneider, die Spezial Rohkostreibe und zwei weitere Einschübe für eine kleine Bearbeitungsgebühr von 9,95 Euro auch noch gratis mit dazu. Und jetzt die Sensation. Sie erhalten heute das Küchenhobelset komplett zum absoluten Tiefpreis. Das Küchenhobelset kostet heute keine 100 Euro, keine 90 Euro, keine 80 Euro, keine 70 Euro und keine 60 Euro. Das Original Küchenhobelset erhalten Sie normalerweise für fünf kleine Raten zu 19,95 Euro. Aber Achtung! Wenn Sie jetzt sofort bestellen, schenken wir Ihnen heute zwei ganze Raten. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir schenken Ihnen heute zwei ganze Raten. Und Sie erhalten das komplette Zubehör auch noch gratis mit dazu. Warten Sie nicht länger. Bestellen Sie jetzt! Wir nehmen jetzt die Platte mit den großen Messern, rasten genauso ein wie zuerst die glatte Platte. Jetzt schneiden wir Pommes frites in einem einzigen Arbeitsgang. Renn in den Halter, zack, 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 wie Butter. Herrlich geschnittene Pommes vom Anfang bis zum Ende. Andrea, das ist Pommes friteschneiden in Vollendung. Wir schneiden mit diesen Hubel den Lauch für die Gemüsesuppe für die Minestrone. Sieh dir das einmal an. Diese großen Messer schneiden das in Sekunden schnell. Und jetzt aufpassen, wenn es dem Ende zugeht, Fingerschutz drauf geben, mit dem Restehalter fertig schneiden. Die dritte Platte, das ist die wichtigste für die Küche. Diese Platte braucht man deshalb, weil sie sehr gleichmäßig schneidet. Und so musstest du Scheiben schneiden, einsammeln, übereinander legen und wie vor 500 Jahren mühselig Streifen schneiden. Jetzt schon her. Im 21. Jahrhundert mit dem Edelstahlhobel schneiden auch Sie Streifen und Stangerl. Das ist wirklich ein Wunder, das ist ein Genuss. Ein Stangerl wie das andere. Der Profi geht gleich zum Wok oder zur Bratpfanne und schneidet gleich hinein. Andrea, das ist ja das Sensationelle. Ich kann so leicht arbeiten damit und wenn es dem Ende zugeht, nehmen wir den Restehalter und schneiden alles fertig. Beim Gemüsehobel schneide ich einfach über die Pfanne oder über den Wok und habe das da drinnen. Den Lauch, den hacke ich hier gleichmäßig ganz fein würfelig hinein. Karotten für den bunten Wok schneiden wir gleich dazu. Schaut euch das einmal an. Das ist wunderschön geschnitten. Mit 48 feinen Messern können wir jetzt mit dem Hobel Schüle in Salate schneiden. Wenn ich hier einmal schneide, dann schneide ich durch 48 Messer. Eine Zehntelsekunde, eine Hundertstelsekunde. Das heißt, du müsstest zu Hause jetzt. 480 Mal mit einem Messer schneiden, wenn ich 10 Mal auch runterfahre. Ich sage, wer einmal Rettich so geschnitten hat, der macht es nie mehr anders. Jetzt schauen wir den Salat an, Andrea. Der ist wunderschön geschnitten. Der Saft, das dort vor sein soll, im Rettich noch immer drinnen. Schöner kann man Salate nicht mehr kredenzen. Derselbe Hobel, derselbe Rettich, derselbe Platte aufpassen. Einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Wenn man es ganz fein gehackt haben möchte in Würfeln, so schneiden die das runter. Aber wir brauchen öfter Zwiebel. Wir brauchen die Zwiebel jetzt nicht mehr einzuschneiden. Einfach reinstecken in den Halter. Links, rechts, links, rechts gedreht. Wie von alleine. Es gibt keinen Hobel, keine Maschine, kein anderes Gerät. Wo denn der Lage bist, auch nur annähernd so zu schneiden. Und trotz der Feinheit ist der Saft immer noch dort, wo es sein soll, in der geschnittenen Zwiebel drinnen. Zum Karottensalat. Den kannst du entweder von der Spitze schneiden. Weil diese feinen Streifen viel schöner aussehen, wie jede andere Form vom Gemüseschneiden. Da schau mal her. Wunderschön. Wenn du sie nicht kurz haben möchtest, kannst du lange Streifen schneiden. Genau. Nur bei lange Streifen haben wir eine Neuheit. Und zwar haben wir einen Steg. Ja. Und dieser Steg hier oben verhindert, dass das Gemüse nach oben wegrutschen kann. Es hält auf den Noppen und den Rest der Halter fest. Und jetzt schau her. Wer kann das zu Hause schneiden? Kein Mensch. Nein. Weder mit einem manuellen Gerät, noch mit einer Maschine. So wie mit dem Gemüsehobel. Jetzt mal mit der Reinigung. Einfach nur zur Wasserleitung. Abspülen, abschwemmen. Und diesen Hobel kann ich zu Hause in die Küche stellen. Der rutscht mir auch nicht weg, weil der hat diese Antirutschfüße. Da kann ich den in der Küche rückwärts an der Wand abtropfen lassen. Schnelligkeit, Sicherheit und Zauberkeit sind bei uns in der Küche das Wichtigste. Der Gemüsehobel gehört ganz einfach zu jeder professionellen Küchenausstattung dazu. Mit dem Gemüsehobel haben Sie endlich einen professionellen Gemüsehobel für zu Hause. Schneiden, hacken, würfeln, grob oder ganz fein. Fantastisch. Und der Gillianen-Schnitt, super fein. Mir gefällt die Sicherheit und man kann damit sicher arbeiten. Fantastico. Sehr genial. Die Aufbewahrungsbox ist ganz toll. Man kann sich nicht damit verletzen. Wer überlebt noch die Kinder meiner Kinder? Jetzt habe ich noch eine Platte, die ist für die Sicherheit zuständig. Und zwar ist das diese Platte, wo keine Messer drauf sind. Jetzt sind die Finger geschützt vor den Messern. Die Messer geschützt vor anderen Gegenständen. Das heißt, diese Platte ist die Sicherheit pur. Die hat auch eine Zusatzfunktion und zwar hier oben eine Reibe. Ich mache alles mit dieser einen Reibe hundertprozentig sicher. Da kann ich meinen Fingerschutz drauf arbeiten. Dies ist aus fruchtsäurebeständigen Kunststoff. Sie reibt wunderbar, herrlich und fein. Wenn es dem Ende zugeht, nehme ich einfach den Rest erhalten. Die Finger werden nicht kürzer, die Gesichter werden nicht länger. Wir reiben bis zum letzten Rest. Das ist der kleine Rest, der überbleibt. Und jetzt passgenau, das ist nämlich die Reinigung. Klopfe einmal auf. Und diese Reibe ist nahezu sauber. Schau die Kartoffeln an. Die sind wirklich streichfähig. Die sind so, wie es die Hausfrauen brauchen zum Binden von Soßen. Wunderschön fein gerieben. Auch für die Babynahrung geeignet. Abspülen, abschwemmen und das Ganze ist schon wiederum sauber. Schokolade, wenn du die mit einem Elektrogerät verarbeitest, dann wird sie schmierig. Locker und flockig über die ganze Reibfläche drüber gehen. Kurz ausgeklopft, ist sie sauber. Wunderschöne Flocken. Den Ingwer, den ich zum Würzen nehme. Schau her, und wann ich fertig bin. Kurz ausgeklopft. Wunderschön gerieben. Für die Freunde der italienischen Küche reiben wir Parmesan in Schneeflocken. Die wiederum nur kurz ausklopfen. Bitte schaut einmal den Parmesan an. Das ist wunderbar gerieben. Baby, was bekommen wir jetzt von dir? Herrschaften, Sie bekommen von mir den Gemüsehobel aus Edelstahl mit mikrofein, lasergeschliffenen Sägemessern, mit ergonomisch geformten Griffen, mit Antirutschfüßen und mit Sicherheitsplatten mit der einmaligen Verschlussautomatik für alle Bedürfnisse, was man in der Küche hat. Für dünne Scheiben, für dicke Scheiben, für Obst oder Gemüse, egal ob hart oder weich. Ebenfalls in die Aufbewahrungsbox. Dazu die 10 mm Platte für fantastische Pommes frites oder grob gehacktes Gemüse. Ebenfalls in die Aufbewahrungsbox. Die wichtigste Platte für den Haushalt. Feine Zwiebelwürfeln, gleichmäßige Streifen. Kurz oder lang, ebenfalls dabei. Rein in die Box. Und ganz neu, sensationell. Die vierte Platte, das ist die Verschlussplatte. Die schützt die Finger, die schützt die Messer. Und ist gleichzeitig aus fruchtsäurebeständigem Kunststoff eine Reibe mit, der ich alles fein reiben kann. Reste haltet, Fingerschutz, den gebe ich auch dazu. Und eine genaue Anleitung geben wir natürlich auch noch dazu. Ich gebe noch einmal dazu, im Alleiningwert von 12 Euro, die neue Platte mit 48 feinen Messern für wunderschön geschnittene Schulengemüse noch einmal mit dazu. Bezahlt wird heute im Rahmen unserer Werbung keine 80, keine 70, keine 60, sondern Sonderpreis. Und damit ist der Einkauf erledigt. Und wenn ich hundertprozentig überzeugt bin, dass das die Profi-Qualität ist, geben wir 10 Jahre Garantie, uneingeschränkt, auf das komplette Edelstahl-System. Wahnsinn, 10 Jahre Garantie. Viel Spaß damit. Tschüss. Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, erhalten Sie heute den beliebtesten Küchenhobel der Welt. Der Original-Edelstahl-Küchenhobel mit 10 Jahren Qualitätsgarantie. Zum absoluten Tiefpreis. Nur heute schenken wir Ihnen auch noch die Scheibenplatte für appetitliche Scheiben, feinst geschnittene Salate, gratis dazu. Den 10 mm Pommes Fritteinsatz für perfekt geschnittene Pommes und grobwürfeliges, gratis dazu. Die 3,5 mm Platte für feinwürfeliges und klein gehacktes, gratis dazu. Die spezielle Julien-Schnittplatte für superfeine Streifen und perfekt fein gehacktes, auch noch, gratis dazu. Die innovative Reibeplatte mit integriertem Klingenschutz für einfaches Reiben und sichere Aufbewahrung, gratis dazu. Auch die praktische Aufbewahrungsbox und den ergonomischen Restehalter für sicheres Arbeiten schenken wir Ihnen heute auch noch gratis mit dazu. Die ersten 50 Anrufer erhalten heute auch noch den Original-V-Schäler gratis mit dazu. Aber das ist doch nicht alles. Wenn Sie jetzt sofort bestellen, erhalten Sie heute auch noch den sensationellen Waffelschneider, die Spezial-Rohkostreibe und zwei weitere Einschübe für eine kleine Bearbeitungsgebühr von 9,95 Euro auch noch gratis mit dazu. Und jetzt die Sensation. Sie erhalten heute das Küchenhobel-Set komplett zum absoluten Tiefpreis. Das Küchenhobel-Set kostet heute keine 100 Euro, keine 90 Euro, keine 80 Euro, keine 70 Euro und keine 60 Euro. Das Original-Küchenhobel-Set erhalten Sie normalerweise für fünf kleine Raten zu 19,95 Euro. Aber Achtung! Wenn Sie jetzt sofort bestellen, schenken wir Ihnen heute zwei ganze Raten. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir schenken Ihnen heute zwei ganze Raten. Und Sie erhalten das komplette Zubehör auch noch gratis mit dazu. Dieses Angebot gilt nur heute und nur solange der Vorrat reicht. Rufen Sie jetzt an! Geh Vital. Gehen Sie wie auf Wolken und Sie werden Schritt für Schritt Gewicht verlieren. Dieser sensationelle Schuh ist weltweit so beliebt, dass er in vielen Ländern Europas jetzt schon ausverkauft ist. Millionen Männer und Frauen tragen und lieben diesen Schuh. Geh Vital hat das Gehen und das Stehen neu erfunden. Verlieren Sie jetzt ganz einfach bis zu zwei Kilogramm pro Woche. Es genügen schon zehn Minuten täglich, um die Fettverbrennung zu aktivieren und den Körper zu straffen. Tragen Sie Geh Vital beim Einkaufen, bei der Hausarbeit, beim Spielen mit den Kindern, bei der Arbeit und beim Spazierengehen. So trainieren Sie Ihren ganzen Körper ohne sich anzustrengen. Wie viel Gewicht möchten Sie verlieren? Wollen Sie vier Kilo abnehmen? Möchten Sie acht Kilo abnehmen? Wollen Sie zwölf Kilo abnehmen? Oder wollen Sie zwanzig Kilo abnehmen? Testen auch Sie jetzt Geh Vital und Sie werden Schritt für Schritt Gewicht verlieren. Wir können Ihnen heute für Deutschland, Österreich und für die Schweiz nur eine sehr begrenzte Stückzahl dieses sensationellen Fitnessschuhs anbieten. Wir haben für diese Präsentation nur noch 1400 Fitnessschuhe auf Lager. Wenn auch Sie ganz bequem Schritt für Schritt abnehmen möchten, rufen Sie jetzt an. Wir präsentieren Ihnen den revolutionären Sportschuh, mit dem Sie Gewicht verlieren, Ihren Po straffen, Ihre Beine formen, Ihre Haltung bewahren und dies alles, indem Sie sie einfach nur tragen. Mit Geh Vital straffen Sie Ihren ganzen Körper, indem Sie sie einfach nur tragen. Sie sind ideal zum Abnehmen, zum Formen Ihrer Beine und zum Straffen Ihres Pos. Geh Vital ist der leichteste Weg, in Form zu bleiben. Gehen Sie einfach und Sie stärken Ihren Körper, verbessern Ihre Figur, formen Ihre Beine, straffen Ihren Po und verbrennen Kalorien. Wenn Sie also keine Zeit für das Fitnessstudio haben, ziehen Sie sie einfach an und Sie schaffen Ihre Traumfigur ohne Fitnessstudios, ohne Anstrengung, ohne Ihre tägliche Routine zu verändern. Tragen Sie einfach Geh Vital und Sie werden sehen, wie Sie in Form kommen. Als ich sie kaufte, hätte ich nicht geglaubt, dass ich einfach durch Gehen abnehmen könnte und jetzt habe ich in knapp einem Monat 12 Pfund abgenommen. Sie sind einfach fabelhaft, denn Sie lassen alle Muskeln des Körpers arbeiten. Die Bauchmuskeln, den Po, die Beine. In einem Monat habe ich 15 Pfund abgenommen. Ich muss zugeben, dass ich überhaupt keine Lust habe, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber zu jedem Anlass, wie zum Beispiel den Hund ausführen, da liebe ich es, meine Schuhe anzuziehen. Wenn ich sie anhabe, dann habe ich das Gefühl, meine Zeit bestens zu nutzen. Verlieren Sie jetzt ganz einfach bis zu 2 Kilogramm pro Woche. Es genügen schon 10 Minuten täglich, um die Fettverbrennung zu aktivieren und den Körper zu straffen. Tragen Sie GeVital beim Einkaufen, bei der Hausarbeit, beim Spielen mit den Kindern, bei der Arbeit und beim Spazierengehen. Dieser Schuh fühlt sich dank der speziell entwickelten Komfortzonen traumhaft an. GeVital hat das Gehen und das Stehen revolutioniert. GeVital unterstützt Ihre Agilität, schont Ihre Gelenke, kräftigt Ihren Rücken, fördert eine bessere Haltung, stärkt die Bauchmuskulatur, strafft Ihren Po, festigt die Oberschenkel und formt die Wagen. Tragen Sie GeVital täglich und Sie werden Schritt für Schritt Gewicht verlieren. Wie viel Gewicht möchten Sie verlieren? Wollen Sie 4 Kilo abnehmen? Möchten Sie 8 Kilo abnehmen? Wollen Sie 12 Kilo abnehmen? Oder wollen Sie 20 Kilo abnehmen? Wenn auch Sie ganz bequem Schritt für Schritt abnehmen möchten, rufen Sie jetzt an. Achtung, meine Damen und Herren, aktuell sind die Größen 36 und 37 sowie 40 und 41 stark begrenzt. Sichern Sie sich jetzt dieses einmalige Angebot, bevor es ausverkauft ist. Bestellen Sie jetzt! Wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, erhalten Sie heute die neuen sensationellen GeVital Fitness Schuhe in der Farbe Ihrer Wahl zum absoluten Tiefpreis. Außerdem schenken wir Ihnen heute das super Ich bin fit E-Book im Wert von 19,95 Euro.